So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Wir kommen ja gerade rechtzeitig an den Markt. Der DAX hatte gerade wieder die 10.500 Punkte Marke erreicht. Und trifft hier eben im Tagesschart auf die Wolkenoberkante. Also ich habe ja gestern in den Videos gezeigt, wo meine Kauflimits liegen. Alternativ, wenn sich jetzt hier in den unteren Zeitebenen natürlich eine Umkehrkerze sich bilden sollte, wäre natürlich auch möglich, dass der Markt nicht zu tief nach unten fällt. Hier im Stundenchart hatte ich jetzt nochmal einen Trendkanal eingezeichnet. Deswegen könnte man auch dieses Setup leicht nach unten versetzen und müsste nicht auf einen Stundenclose sowieso nicht warten. Sondern das Setup würde dann ab diesem Hoch dann aktiviert werden. Das wäre dann bei rund 10.660. Also das wäre hier auf jeden Fall vielleicht die bessere Alternative, weil der Kurs könnte sich sonst zu arg absetzen. Sollte man sich auf einen Stundenclose warten. Und eben hier im Wochenchart ist eben diese Marke knapp unter der 10.400 Punkte Marke interessant. Interessant wird das trotzdem, vielleicht werden wir das noch hier live miterleben, wenn jetzt wirklich die 10.500er Marke wirklich brechen sollte. Ob dann wirklich gleich im Anschluss Stop-Loss-Verkäufe eintreten und eben der Markt direkt 100 Punkte verliert. Sonst, sonst, dazwischen habe ich nämlich, also ich persönlich jetzt keine großen Unterstützungen mehr ausgemacht. Also könnte der Markt ja wirklich erstmal da durchrauschen. Theoretisch könnte er auch nochmal 100 Punkte abgeben, falls er da nicht stoppen sollte. Sonst, der S&P 500 Index macht ja in der Woche das im Prinzip wirklich jetzt drei Jahre dann in Folge. Eine Kerze in der zweiten Dezemberwoche. Das war hier, hier und eben jetzt hier. Und eben der nächste Woche wird spätestens eben am Dienstagabend mit steigenden Kursen gerechnet. Aber da werde ich auch noch kein Intraday-Setups dann basteln, sollte es soweit sein. Zu den anderen Setups, Gold ist jetzt leider unter den Stopp gelaufen. Da konnte man einmal eine Wegstrecke mitmachen. Die zweite war allerdings dann ein Fehlsignal oder ein Fehltrade. Bei den Minenaktien, da sich der Goldpreis nicht so entwickelt hat, wie ich es mir oft habe, sind auch die deutlich wieder zurückgekommen. Das ist jetzt die Newmont Mining Group. Und die Barrack Gold ist eben auch wieder zurück. Aber hat hier eine gute Unterstützung bei 7,50. Also hier werde ich womöglich auch dann die Reißleine ziehen. Bislang ist der Stopp auf dem Tief. Sollte es aber jetzt hier, ja, deutlich unter die 7,50 gehen oder per Tagesschluss darunter schließen, werde ich wahrscheinlich auch das Setup dann beenden. Dann habe ich noch ein paar deutsche Werte vorgestellt. Die Linde AG bei 134, konnte sich leicht positiv entwickeln. Heute jetzt mit dem schwächeren DAX eine schwarze Kerze. Aber hier ist das Risiko ja eh stark begrenzt. Sollte es den Stopp, sollte es noch ein tolles Tief geben, wird der Stopp gleich ausgelöst. Bei BMW und der Daimler-Aktie wird es eben interessant. Hier hat bislang der Kurs, also außer der heutige Tag, hier ist es schön gedreht. Allerdings jetzt liegt er unter dem EMA 38 und trifft halt hier auf den Unterstützungsbereich auf. Hier war das im Prinzip schon berücksichtigt, dass es noch ein bisschen Spielraum nach unten hat. Aber spätestens jetzt hier an der 200-Tage-Linie bei 93 oder bei knapp 94 sollte hier die Aktie drehen. Genauso wie die Daimler-Aktie. Wo habe ich die? Die habe ich hier. Trinkt jetzt eben auch in den Unterstützungsbereich ein. Und kann, wenn ich jetzt hier den EMA 200 zuschalte. Okay, hier liegt er leicht schon drunter. Aber nichtsdestotrotz ist hier ein wichtiges Widerstandsband, ein Unterstützungsband und sollte eben hier auch dann drehen. Und würde dann auch passen, wenn der Markt eben nochmal ein bisschen nach unten rauschen sollte. Hält er sich eben, dann kommt eben eine dritte Kerze am Unterstützungsbereich und dann ist es im Prinzip auch ein Kauf. So, das war es erstmal. Jetzt schauen wir noch ganz kurz zum DAX. Der konnte, ja, konnte die 10.500er-Marke wieder halten. Und, ja, steht aktuell eben 20, 25 Punkte darüber. Also hier das Setup werde ich nachher noch im Stream eben auch vorstellen, dass man hier die Kaufmarke, die Stop-Buy-Marke nach unten setzen kann. Danke fürs Zuhören und bis später.